Basteln wir ein Traumcamp! Pausiere das Video, um die Sachen zu holen, die du brauchst. Abenteuerlustig zu sein, kann viele Bedeutungen haben. Von der Erkundung der Natur bis hin zum Entdecken neuer Fertigkeiten. Und heute kombinieren wir die beiden Sachen. Chelsea und ich gehen später campen und wir haben uns super coole Camping-Accessoires für den Abenteuercamper ausgedacht. Basteln wir sie zusammen! Vergiss nicht, einen Erwachsenen um Hilfe zu fragen. Als erstes ein selbstgebastelter Rucksack für alles, was wir fürs Campen brauchen. Schneide diese Form aus glitzerndem Moosgummi aus. Falte es, um die Vorder-, Rück- und Unterseite zu erhalten. Als nächstes nimmst du einen Reißverschluss und trägst am Stoffrand Klebstoff auf. Nimm ein rechteckiges Stück glitzerndes Moosgummi. Bitte einen Erwachsenen, in der Mitte einen Schlitz für den Reißverschluss auszuschneiden. Und dann an den Stoff kleben. Klebstoff an den Rand der Vorder-, Rück- und Unterseite. Dann den Reißverschluss ankleben. Dein Rucksack ist fast fertig! Nimm ein kleines Stück Moosgummi und klebe es ans Ende eines Rands, um eine Schlaufe zu erhalten. Das ist der Griff. Der kann jetzt auf die Rückseite geklebt werden. Es ist Zeit, die Gurte zu basteln. Jetzt kommt der richtig lustige Teil. Die Dekoration! Ich habe mich für einen Regenbogen und Gras entschieden. Für was entscheidest du dich? Als nächstes basteln wir einen kuscheligen Schlafsack. Schneide diese Form aus Vlies und Baumwollstoff aus. Lege den Baumwollstoff mit der Oberseite nach unten hin. Bitte einen Erwachsenen, die Ränder zusammenzunähen. Dabei eine Öffnung lassen. Jetzt umdrehen. Zur Hälfte falten und nochmal nehmen. Das Vlies zeigt nach oben. Nochmal das Innere nach außen drehen. Aufrollen und mit Haargummis befestigen. Yay! Sehr schön! Zu guter Letzt ein selbstgebautes Zelt. Schneide einen Kreis aus Stoff und binde vier Stifte mit einem Gummiband zusammen. Spreize sie auseinander und verteile Klebstoff auf einem der Stifte. Wickle ein rechteckiges Stück Stoff um die Stifte und lass die Spitzen oben rausstehen. Umklappen, um deinen Eingang zu basteln. Klebstoff auf dem anderen Stift verteilen und den Stoff ankleben und einklappen. Dekoriere es, wie es dir gefällt. Ich habe bunte Fahnen genommen. Süß! Vielen Dank! Campen ist gerade noch cooler geworden. Chelsea und ich werden es lieben, unsere neuen Accessoires auszuprobieren. Wieso probierst du nicht ein paar Ideen aus? Zum Beispiel eine Höhle für drinnen, Steintiere mit Wackelaugen oder leckere Lagerfeuersnacks. Barbie! Erhältlich in den Smiths Toys Superstores!